so viele informationen wieder ok ich sehe jetzt die ganze karte der schwede der schwimmt in uran der schwede ja erinnere mich das nächste mal dass mein handy auf laut durchstelle ok in ganz südamerika gibt sich ein einziges uran wo in afrika ist ganz schön so ein stück bei den japanen ja muss sein oder amerikaner ist in madagaskar okay er hat wirklich nur ein einziges uran das ist gut die lagen von madagaskar hatten die pest an bord ok so produktion jetzt noch mal abarbeiten hier das ist so viel geld habe wunderbar war schon mal gefruchtet dann kann ich jetzt hier in münchen ist wieder was gebaut worden manila sehr gut manila manila was bauen wir in manila so nächste runde möge beginnen nein möge sie noch nicht bei mir schon ich habe gerade noch einiges zu klicken hier wenn es nur imaginär ist verdammt ich würde gerne das hier bauen aber ich brauche auch das hier ach ist das ärgerlich das hier könnte ich eigentlich auch gut gebrauchen wo gibt es freundlich zu mir was ich da getan ich bin ja nicht freundlich zu mir habe ich auch muss was bist du denn eine fregatte wo kommst du denn her wo bist du denn oh gott oh gott oh gott komm mal an land her ja lieber nach hier neun runden hau rein so tja ok du bewegst dich mal nach hier du aha ok jetzt jetzt geht es den schweden an kragen mit wem hat er sich noch mal verbündet weden oh gott mit perser den persern glaube ich ok oh ich habe einen neuen spion cool die perser die perser war wer in der liste kasimir oder daräus nebukadnezar nein spielt keine rolle die perser kann ich dir gleich sagen dass kasimir dritte liste ist es polen und die perser das ist der daräus der erste ok müde hat gustav adolf den krieg erklärt hat er verdient natürlich ohne frage so liebe zuschauer nach 7 38 episoden gibt es endlich action hoch bin ich hier ich hasse das wenn das bild plötzlich springt ach komm er lädt immer noch ein ah jetzt hat das boah ich wollte ja mal meine armee upgraden die hier rumsteht warum sagt denn keiner was ich wollte deine armee upgraden ach danke ja bitte kann ja nicht mit diesem altmodischen kram hier rumlaufen wenn du über mein land einfällst ne ja genau wenn ich jetzt über dein land einfalle wahrscheinlich wirst du eher einfallen als umgekehrt ich falle nirgendwo ja stimmt du gehst ich geh über dein land ein ah die abgeordneten so gastgeber so wo kann ich denn achso wir können den neuen gastgeber ah nein was hab ich jetzt gemacht so doch das weltraumteleskop und der ja und washington spielt auch pläne gegen japan oh hm warum klappt das hier nicht was ich vorhabe ach ich muss denn erst irgendwie oh hopp heute hab ich auch übersehen hopp so ja ja tja das wird interessant ja ja du bleibst mal hier warum sind die alle wach hier der ist wach der ist wach der ist wach meine ganzen schlachtschiffe sind wach also zwei davon waren wach ok da kann ich jetzt aber auch nicht helfen ne ne passt schon wer ist denn das hier ach der japaner ach der arme der hat nur vier städte ne ne fünf der wär ein leichtes ziel der gute japaner wo ist eigentlich maria theresa wo sitzt die eigentlich maria theresa ist was ach die ist in südamerika ah gut dazu fünf städte ach schön sechs amerika aber wer hat die denn gewählt das hat eine spannende so viele einheiten das hat eine spannende so viele einheiten ja so was habe ich denn hier gebaut noch eine raketen artillerie wo bauen ach die karawane will wieder was tun was ist denn das wieso steht hier eine infanterie wo kommt die denn her ach die habe ich geschenkt bekommen ne die kann ich hier nicht gebrauchen wo kommst du her du kannst mal nach hier was sind das hier ja ich brauche noch eine sekunde ja ich bin auch gerade noch dabei ein wenig hier etwas am herumbastellen boah 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 ja boah auch gerne hier hinten so 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 langsam habe ich wieder gold probleme das ist schlecht ja dafür sind sie happy das ist gut schade dass diese atombomben so eine kleine reichweite haben gegen den washington alles pläne schmiede das ist schon wieder sehr 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 beängstigend ja typisch der amerikaner ne die verbaren kommen mit kanonen ich glaube es ja nicht wir haben auch etwas mit zu teilen gandlin kanonen oh nein mit gandlin kanonen so erste stadt ist vernichtet bravo bravo ich glaube du kannst mal eine runde ausruhen ach du blöde einheit noch eine karawane die karawane zieht weiter die karawane zieht weiter wo bin ich denn hier ich bin hier ich bin hier ach noch eine raketenartillerie langsam wird es zu viel so perfekt perfekt so 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 ich glaube der amerikaner wird mir bald den krieg erklären Feinst du? Ja. Wenn er erfährt, was ich hervorschau und was ich baue, dann schon. Das ist wahrscheinlich der ehrgeizigste NPC hier. Ich denke, da gibt es noch andere. Aber du würdest schon recht haben. Wollt ihr wahrscheinlich sehr aggressiv werden. Ja. Och, geht doch. Amerika und Singapur sind verbündet. Und Singapur. Okay, okay. Was ist denn das hier für eine Stadt? Birka? Birka wird eh vernichtet. Was wollt ihr von mir? Warum dauert das bitte schon acht Runden, eine Stadt zu vernichten? Ja, bist du alles nirgebrannt hast? Das dauert schon lange. Ich habe Atombomben. Ja, und? Wurscht. Ich brauche mehr Gold, ich brauche mehr Gold, ich brauche mehr Gold. Wen habe ich denn da? Rot, komplett rot. Wollen wir gerade komplett rot nochmal? Warschau? Wer war denn jetzt Warschau? Warschau war Kasimir, oder? Kasimir, die Polen. Links.